Zu einem Verkehrsunfall kam es an Pfingstmontag gegen 14.30 Uhr auf der K12-43 zwischen Beuren und Nürtingen. Ein 74 Jahre alter Lenker eines BMW 316 war aus Richtung Beuren kommend unterwegs. Etwa 300 Meter nach der Abfahrt von der L1210 geriet er auf der Kreisstraße vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn ab, in den dortigen Grünstreifen und Graben, bis er schließlich nach weiteren 35 Metern auf Höhe eines Feldweges zum Stillstand kam. Der Fahrzeuglenker und seine 68 Jahre alte Mitfahrerin wurden hierbei verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.